Wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast, für eine Nacht. Donald, ich träum so viel von dir, ach komm doch mal zu mir, nachmittags um halb vier. Angela! Hm, was? Irene, du hier. Ja, ich bin auch da. Angela, ich brauche deine Hilfe, die wir schaffen müssen. Ja, jetzt hast du was zu schaffen, Angela. Was kann ich für dich tun? Mit jedem und dem Hans, meinen Sohn, deinen Neffen. Ach, der Hans, deinen Sohn. Ja, die Frage ist, was er denn mal werden soll. Wie ist er denn so? Äh, na ja, von leichter Trägheit, ne? Mehr schlau als klug. Hat mehr Sitzfleisch als Charakter. Hm, und etwas intrigant. Chaos, Mann. Angela Merkel als Mensch. Hm, Nüsli und Orangensaft. Das stimmt. Erzähl doch mal einen Witz hier. Hm, geht eine Frau um die Ecke. Ja? Was fehlt? Ähm. Keine Ahnung. Der Witz. Ein Applaus für Angela. Tschüss.